So, habe der Ehrleiter. Es geht heint. Alles was Wiese hat und die Dunsthaft ist wie Alba. Keine Ahnung. Das ist so etwas. Ja. Aber ich mache das schon drum gesagt. Wir gehen vielleicht das Ding einmal zeigen. Und zwar ist das die Hilfswinde für Malkaigenbauer. Was sagt der da oder was? Dann kommt da das Öl her. Dann haben wir da. Und echt, super. Ich habe wieder einen Abartel gesehen. Ja. Wie gesagt. Es ist eigentlich auch viel dabei. Eine Trämpel. Ein Motor. Ein paar Flache heißen. Eine Trostle mit Bypass. Ein Nadelventil. Und ein Magnetstörerventil. Da habe ich noch eine fixe Kupplinge auf dem Wintermonticht. Und ein Stecker. Es läuft noch alles über den Windenfunk mit. Hier hinten ist einfach das Formröhr hingepasst, dass es in die Zugmalaufnahme passt. Und da oben wird es mit einem Spannschluss verhängt. Das ist die ganze Hexe Reiber der Geschichten. Das Erste ist ein ehemaliger Überleitungsmauschen. Ich muss einmal angetragen haben. Da war jetzt ja gut. Der Motor hat. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Keine Ahnung. Ich muss nicht raus. Ich muss auch schauen. Der rinnt. Ich werde das immer gekundigt. Da haben wir 250 Meter Stahlsaal drauf. Da möchte ich einen Umlauf betreiben. Das heißt, ich habe eine Steuerbox zusammengeschraubt. Das habe ich gesagt. Ja, mit Lastschalter alles. Über den Windenfunk, da kann ich umschalten. Einmal Einzelbetrieb, dass es nur die Winde geht. Und einmal im Gegenlaufbetrieb zur Traktor hin. Was da das Problem war. Und zuerst, dass es auch billig ist. Spüle dran gehabt. Die war allein. Es hat kein Gold gelagert. Die ist mit der Zeit so brutal hingelaufen. Zwei Kugeln gelagert. Mit dieser Woche hätte es noch einmal rausgelaufen. Der Saal ausgelaufen. Die ist so verbindet, dass das Saal eigentlich nicht loskommt. Und das Saal auch nicht aus der Rollen rauskommt. Weil die zwei halbwegs gut ineinander passen. Also das Saal nimmt jetzt mal den Kopf mit. Was man aber schauen muss, ist halt eben, dass man die hintere Saalrolle so umpasst, dass sie vom Drehpunkt her ein bisschen weit reicht. So weit, so gut. Wir wollen eben schauen, dass wir nächste Woche wieder ein wenig ins Holz kommen. Wenn es sich so ausgeht. Beim Berghoffsaal ist das schon eine Garde. Mit mehreren Leuten bist du. Und dann haben wir hier am Morgen, und dann haben wir hier hinten auch. Mit der Kette in Form gehen alleine auf und da. Wir holen das. Wir machen das noch nicht, ich mach auf. Wir machen das noch nicht. Ich mach da aus Geräte, also das ist eine Art vom Dokleren. Bist ja, dass wir nur ein sehr, sehr lange auf. Wir machen das so weiter. Wir machen das sehr, sehr lange. Aber wir machen das jetzt schon ein bisschen. Wir machen das hier. Wir machen das jetzt noch nichts. Wir machen das so weiter. Wie machen wir das nicht, sondern wie machen wir ein paar type gemacht. Wir machen das auch nicht, Freunde? Daher machen wir das noch hin. Bei der Kräte ist das. Wir machen das erste Mal vor. Wir machen das auch noch nicht. Ich mach da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 zu neuern ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 und 2017 ZDF für funk, 2017 Karten ZDF für funk, 2017 Dann kommen wir da rein und jetzt ist das wieder aufgeschnitten wieder. So, was ist weg? Jetzt kommen wir da zurück. Dann geht es auf die Maschine. Die Kippen dann gleich da aus. Jetzt kommt es knapp vier jetzt. Jetzt kommt es knapp vier jetzt. Das ist dann zusammen. Aber das ist dann mal ein Halbwegs. Die Zinkohler-Sleifen ist Luxus. Brot mal ein. Einmal eine Miedel. Jetzt haben wir ein. Das Schaflein war gekontert. Das ist ein 8er-Studo. Also, weil es die Mieter zieht. Ja. So haben wir das hier gestimmt. Die Kippen schon eine Zeit lang aus. Also, auf Zug fahrt es einfach in die Rolle. Die Linke noch. Die können fast hinterwärts fahren. Wenn es war. Da sieht ich gar nichts. Schön, das schneiden wir nachher nachher. Den E-Motor ist ja noch ausgebaut. Und schauen, was von den Richtungen passt. Die müssen wir noch etwas brotten. Die Gäste machen. Die müssen wir noch etwas brotten. Die müssen wir noch etwas brotten. Hallo, was ist denn? Schwarz nicht der Leid. Was sollst du mit dir wohl reden? Die Brille drum, oder wie du das hast. Ist ja besser. Ich muss mehr Haken da verlieren. Was soll die Grille drum, oder wie du das hast? Punkt Chance natürlich, weil die unterschiedlichen Materialstärken sind und dann habe ich auf jeden Punkt sicherlich einschmelzen können. Und die Temperaturen hochziehen wir da, ist es gescheitert. Und da habe ich noch ein Wärmeherspaß. Du siehst, das Blech da von der Hollenburg-Karte ist wahrhaftig. Das ist Spielzeug vom Bäumen. Dann haben wir den Waschbrick schnell noch. Und Kismet. Das ist der Kass. Dasselbe. Ja, gart. Fertät schön. Ratsch. 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 Ja, leik. Ich muss den Schuh da ein. eine Beliebe. Hier. Ich mag das. durchgefädelt dass ich heute als Mütter gekannt habe damit es um, 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 um... Hinten geht es immer so leicht, aber jetzt ist es eben auch noch oben. Also sagen wir mal, da hinten wirst du, mehr wie 180 Grad, aber das geht jetzt hier noch, siehst du eh nicht aus Baden-Wing, das steht schon hinten, das passt schon, also ich glaube das war der höchste Teil, wenn man das gesehen hat, alleine. Einige gucken, was man aber so tut, du bist ja so gejumpert, Bull, ja, ja, gut, dann schauen wir, wo man sich das nächste Mal wieder sieht, entweder im Wald oder beim Schneeraum, unschein kannst du ins Wohnglände und habe die Ehre.